Hallo, wo sind wir hier? Hallo, wir sind hier im Ludwig. Das ist die Verwirklichung meines Traums. Ein eigenes Café, ein Kulturcafé im neuen Kulturhaus in Kamm. Und wer sind Sie? Ich bin die Ruth Meissner. Ich bin unter anderem auch Direktkandidatin für den Landtag, für die ÖDP, aber jetzt hier auch Cafébetreiberin. Der Cafébetrieb startet nächste Woche, genau. Hängt ein bisschen von der Telekom ab, weil unsere Kasse funktioniert mit Internet und ohne Kasse, ich bin gastfreundlich, aber irgendwann hätte ich auch gerne Geld für meine Sachen. Genau, wenn das Video ausgestrahlt ist, dann ist wahrscheinlich das Café schon offen. Hinter uns sieht man ein bisschen Bilder an der Wand. Da hat es auch was damit auf sich. An diesen Wänden werden immer wechselnde Künstler, immer ein Künstler für zwei, drei Monate seine Kunst darstellen können. Wir machen auch noch eine Vernissage, wenn das fertig ist hier. Im Moment sind es Bilder von der Clara Jo. Die Clara Jo ist gebürtige Ungarin, die Kunst studiert hat, momentan in München lebt und sogar in der Pinakothek der Moderne auch ein Bild von sich hängen hat, auch in Kamm im Kordonhaus schon ausgestellt hat und jetzt hier im Ludwig. Und eine zweite Besonderheit gibt es noch, ich denke nicht in jedem Lokal gibt es Gemüse aus dem Garten der Besitzerin. Haben Sie da irgendwie ein Rezept, auf das Sie dann besonders stolz sind, das Sie mit Gemüse von daheim umsetzen können, ein Gericht? Ich kann ganz viele verschiedene Gerichte, also besonders stolz nie. Ich koche prinzipiell gern von Deutsch über Italienisch bis Asiatisch oder Französisch. Hauptsache es schmeckt. Was mir wichtig ist, dass frische Kräuter und frische Zutaten drin sind, regional, saisonal. Also was der eigene Garten nicht hergibt, zum Beispiel von der Frau Simmel aus Kalsing oder vom Bauerwilli oder ja vom Markt oder so. Okay, dann sage ich danke fürs Gespräch. Gerne.